so ich hoffe dass ich jetzt trotz dass ich nebenbei ränder dass ich dennoch aufnehmen kann ohne dass hier was passiert ja ich werde nämlich jetzt gerade den part für heute beziehungsweise gestern und ja ich nehme jetzt den part für heute auf und ja vielleicht sollte ich auch umstellen ja das werde ich auf jeden Fall drauf schneiden nachher der ist ein Viech mit dem wir kämpfen werden oder zwei Viecher mit dem wir kämpfen werden beim letzten mal haben wir ja einen kleinen Flugbegleiter oder ein kleines Flugtier gefunden was uns von A nach B transportiert so fern alle das ganze rost entfernt ist so und ja hier haben wir so ein bisschen was erledigt die ist auch noch was so in der ist gesäubert und damit können wir dann und da kommt sie dann auch schon ich will aber noch nicht mit dir fliegen wir erstmal noch weiter gucken wo es hier entlang geht in der hoffnung dass wir da noch etwas interessantes finden das Roku ich hoffe ich spreche das ja richtig aus also hier waren wir definitiv noch nicht oder also kommt mir null bekannt vor sagen wir manchmal warum das nicht klappt bevor ich ihn halt voll aufladen lasse aber naja so du beruchst schon mal du greifst an äh okay ähm du schuss und einmal beruhig so ich weiß nicht ob die sich jetzt von selbst teilen also ob sie sich küssen ja perfekt so jetzt ist er nämlich auch schon wieder ein bisschen gehalt und der nächste kampf das ist bei ihm einfach nicht klappt gerade ich weiß nicht ob ich bei ihm auf links etwas anderes mache als auf rechts okay dann haben wir auf jeden Fall den Kluhschutz oh 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 no 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 you yep saw that no awesome now shoot one to go ready ready are you okay you know what to do oh i got this right for the picking harvest time we make a good team oh oh ja gut hier sind noch nüsse äh nee keine sphären Entschuldigung entschuldigung okay okay o hey okay enjoy the view definitely wo wo komme ich damit hin ich weiß, ich könnte driften, aber das wird dann nichts ich kann das beeren weitere so, da ist wieder so ein kleines X-Wesen wenn ich jetzt Kämpfer vermeiden lassen, würde ich das gerne da müsste ich mir so viel leben also, ja, mittelmäßig okay okay ich wollte kämpfen so, komm oh Gott, auch noch vier Gegner na gut, aber sind hier eigentlich schwächere schwächere oder was heißt schwächere, aber einfache Gegner so, einmal beruhigen nun sind es nur noch zwei ein bisschen, ja, sieht jetzt echt gut aus dass ich nebenbei, wo ich Ränder auch aufnehmen kann das macht die ganze Sache ein bisschen einfacher so kann ich dennoch weiterhin even aufnehmen so so das meint diese Richtung okay okay ähm geht's hier hoch nein nein, scheinbar nicht okay ich geh dann mal von Ostlands hier und dann wieder hoch geht ja okay hier ist aber meine echt große Map da vorne ist auf jeden Fall was ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass es gegen den einfach schwierig wird mit nicht ganz vollem Leben so ich weiß nicht, wo jetzt hier auf der Insel sonst noch Rost ist too bad there's no one here to watch us do this weil manchmal sind die Bosse auch dafür da um den Rost zu beseitigen also solche fetten Gegner wir versuchen es einfach mal wenn was passiert und wir die wir Okay. Wait, I'm the one blocking. You start loading and attack as soon as he gets weak. Yeah, we're gonna die. Go, go, go! We're out of sync. Ah, yeah. We need to work on our timing. I'll cover, you attack. Dig it. Watch out. Looks like he's about to attack. No, wait, I'm the one blocking. You start loading and attack as soon as he gets weak. Well done. You can cheer me on later. Keep hitting. Hold on. Remind me who's covering and who's attacking. Keep preparing someone. One of us should charge up our shield. You block, I'll hit. Get back, he's all yours. You! What's... Ah. Hmm. Jetzt. Easy, now. I'm field. Are you blocking or am I? Are you blocking or am I? Can we neither of us do it? No, wait. I'm the one blocking. You start loading and it's not this time. Go, go, go! We're out of sync. We need to work on our time. I'll cover, you attack. Dig it. Oh, nein, du! Du! Hold on. Remind me who's covering and who's attacking. My shield isn't much use anymore. They're up to something. Hmm, yeah, we'll be able to try the next one if you want to try it again. Get back! Help! You! Hey, come on! Keep going! Shield! Shield! It's gonna be okay. If you say so, I'll keep them at bay. Okay. Okay. Watch out! Looks like he's about to attack! Get back! Oh! Balloot! Hey! Come on! Keep going! Haha, it's gonna work! She's preparing something! One of us should charge up our shield! Hmm. I'm not even nervous, right? Oh, sorry! You! He's ready! Pacifying time! Oh! I'm doing my best! Okay. So, I hope that we have to do it one more time. Uh, are you blocking or am I? Because if neither of us does, this will hurt. Come. You! You! He's right before the picking! Harvest time! Let's get it over with! And do! Good teamwork! As usual! We're that good! Whoa! Kay! Your face is all swollen! You should see the other guy! Haha! Idiot! Should we go back to the nest to prepare those helicaps? A helicobyssinium aplanatum! And yes, please! They're there! Okay! Oh! 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 It's so good! It's so good! Oh! It seems like they weren't worried about these. Why do you say that? The door. It has an auto-open device. You know, like it opens when you get near it. Doesn't look like it's opening. Of course. The system probably ran out of flow a long time ago. If that's all there is, it shouldn't be an issue. Move over! Okay. Okay. Let's take some of my Flutserver offload. How did you do that? I figured out a trick. Remember when I upgraded the gloves with the Drakas mapping chip? Actually, it turned out that I shorted the redundancy and the safety system. Anyway. If I try to flush the flow, it does this. You can try it. I'm sure it'll work on yours too. Uh. Wow. All right. Why not check inside? We are not going to be injured. We are not going to be injured. We are not going to be injured. Look at these machines. This is not a workshop at all. It's a museum. Or just a very old workshop. True. I was hoping we could pill for some parts to fix up the nest, but that just went right out the window. All these machines are at least a thousand years old. I'd say more like 50. Same thing. None of this will be compatible. Hmm. I'm not sure about the nest, but I should be able to make this extender nozzle work. Lute! How old are you exactly? Very funny. It's just that my engineering school was a bit slow to update its tech. I'll admit, I never thought I'd get to use that knowledge. We'll take the extender nozzle then? Might as well be useful to someone. Düsenarm. Okay. So. Okay. Wir scheinen das hier auch gesäubert zu haben. Ich habe nämlich nicht drauf geachtet nach dem Kampf. Ich bin nicht drauf geachtet. Das kann ich nicht drauf gehalten, sondern doch da bin ich auch lasse. Ich habe das hier auch bloß da rausgegeben. So. Ich habe ja noch hier etwas wie gesagt. Und vielleicht was ich weiß nicht drauf gelegt. Also das mal hier ja nicht drauf gelegt hat. Und jetzt kann ich aus Ihresulich. Es ist ja nicht auf dem Tisch hier. Altso. Ja. Ein ganzes Schwangen, die ich mir jetzt... Ihr nehm kann ein schlecht werden. onsider wie diese room, ich möchte einen nicht. aber wir sind so gar gleich durch dann müsst ihr euch gefährt nicht ja auch irgendwo warten und so flugt hier bei der nichts mehr zum anlocken den tue ich leider nicht naja ok dann bewegen wir uns halt und selbst in diese richtung wir finden den weg auch schon alleine zurück hoffe ich ich das eben nicht ausprobiert passiert so nein das ist der falsche weg müssen nach dahinten ich hoffe nur dass sie hier nicht währenddessen verhungern was sollten wir eigentlich nicht oder hoffe ich denke ich so ihr solltet die richtung nach hause gehen und jetzt noch einmal der quer über oder wir nähren uns unserem heim unserem nest unserem zuhause unserem ort in dem wir uns ausruhen können bitte lasst es jetzt fächer sein bitte 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 ja sieht gut aus sieht sehr sehr gut aus ok das hier hatten wir ja schon deswegen werde ich das einmal dabei belassen und kann das überspringen weil das sind die sie ihren dingens kirchen da hat man schon dann können wir uns nämlich direkt heilen erst mal nur 90 weil wir ja gleich noch was essen werden denke ich sofern das diesmal machbar ist ok 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 dann werden wir am nächsten tag aber kochen im schlaf regenerieren wäre ja auch was ein bisschen zumindest wie das ist das ist das ist das ist das ist was gegratet was 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 manor of speaking you can nitpick or you can help me out was Was do I need to do? Give it a little love. Alright, this works. Awesome. Could you build a gyro stabilizer for the nest? Uh, I can only make kind of simple things. Like Floorcapsules. Hold on, let me show you. Just take a bit of rust and... Okay. Ich will aber vorher noch was kochen. Ach, ja, gut, okay. So, Balsam zum Heilen. Mhm. Okay. Okay. Um die... Lämplerschaden. Sorry. No. No need to be sorry. No worries. This is good. I mean, this is great. Really great. Uh... If you could just explain to me what the Floorcapsules do when you get a chance. Cause... I miss that part. Gut. Aber jetzt können wir was kochen. Ähm... Okay. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht. Also, wahrscheinlich hatten wir es beim letzten Mal, aber da hatten wir es noch nicht. So. Und direkt essen. I have to warn you, it's very spicy. Ja, doch. Das hatten wir. Okay. Ja. Das hatten wir schon. Äh... Ja, das hatten wir auch schon. Das hatten wir beim letzten Mal. Äh... Ja, das hatten wir auch schon. Das hatten wir beim letzten Mal. Äh... Ja. Okay. Und wir haben hier eine neue Jubiläumsfeier. Looks like it is. Das wird jetzt auch wieder ein ziemlich langer Part. 께� Das schadere Zahlen. Ach so. Ich hab in die Person. Ach so. Ich hab in die Person. Die Revolutionärer in deinem Gruppe haben einen Problem mit deinen Entscheidungen gemacht. Sie wollten ein Ende des Matchmakers, die Tabisherr. Aber sie können nicht eine Gesellschaft ohne den Council. Ugh, Borons! Sie wollen sich aufzunehmen. Sie headen für den Matchmaker. Ich verabschiede sie. Wir müssen uns einen Front uniteden, wenn wir etwas erreichen wollen. Sie hesitieren für einen Moment, aber sie wollen nicht riskieren einen internen Konflikt. Sie wollen dich folgen, aber aufzunehmen. Die Revolutionärer Masse ist sehr schrecklich. Aber die Intensischen Tensions sind noch immer palpable. Sie kommen endlich vor dem Konflikt. Aber als Sie anfangen in die Dörren, sie öffnen sich selbst, ein Arme von Hornet-Dronen, die im Hintergrund stehen. Blut! Die Hornets schreien. Sie neutralisieren deine erste Linie in ein paar Sekunden. Einige von ihnen schreien nach deinen Flanken. Sie versuchen dich zu befinden. Sie haben dich verletzt. Ich orderne ein Erkrankung! Sie schreien Ihre Anwärmung, aber Ihre Worte ist verletzt von anderen Schäten. In anderen Selbstprochlaimed-Liedern Sie wollen die Leid zu nehmen. Integration den Seceden-Gruppen scheint zu haben die Regeln. Sie haben sich nicht mehr aufzunehmen. Sie sind nicht mehr aufzunehmen. Die Hornets sind die Chaos-Liebe, You see Kay, signalling for you to come down. I follow him. You go down the ladder. The underground tunnels lead you to a secret spatial port where the nest is awaiting you. Ready to take off in case things take a turn. And take a turn, they do. Kay takes your hand to lead you in. I press his body against mine. After being routed by the hornets, the warmth of his body feels very comforting. Kay lays his hands below your hips and presses his lips against yours. Kay puts his hand behind your neck. Oh, the Pferd is better. The shiver goes through your body. You can no longer hear the commotion outside. Your spirit is captured by the taste of his saliva. The smell of his sweat. Hallo. Ich hoffe, der stoppt so rechtzeitig. Ähm. Okay. Okay. Es sind noch Leute anwesend. Okay. Gut. Warum nicht? Der Phantasy ist keine Grenzen gesetzt. Aufgeladenes Duo. Lade Duo Aktion, Angriff und Hilfe auf für mehr Effizienz. Okay. Duo Rempla. Duo Schuss. Maximale Gesundheit. Es hat sich erhöht. Wunderbar. Gut. Ich werde dann mal rausgehen. Zum Speichern. Ähm. Ja, das machen wir dann gleich beim nächsten Mal nochmal. Aber da wir schon bei 31 Minuten sind, denke ich, sollten wir hier aufhören. Und, ja. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ja. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao.